Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich möchte heute mit euch einen spannenden Artikel besprechen, den ich im Tagesspiegel gefunden habe. Wir wollen auch mal direkt reingehen. Da heißt es direkt oben in der Überschrift Maskenverweigerer, ich verachte euch zutiefst. Ja, da muss man auch dazu sagen, dass der Artikel gestern Morgen erschienen ist, also am Freitagmorgen. Und da stand noch im Titel Maskenverweigerer, ihr seid asozial. So, trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse fahren viele Menschen immer noch ohne Maskebahn. Es reicht. Ein Kommentar von Sebastian Leber. Käme zum Beispiel ein Außerirdischer und sie müssten ihm berichten, was wir in drei Monaten alles über Corona gelernt haben. Den erwiesenen Nutzen der Masken, die Risiken geschlossener Räume, die wieder rasant steigenden Fallzahlen. Wir sehen auch hier, dass er bei dem angeblich erwiesenen Nutzen von Masken nichts verlinkt hat. Halt einfach da eine Behauptung raushaut, ohne die zu belegen. Das schauen wir uns auch mal gleich genauer an. Und auch bei diesen rasant steigenden Fallzahlen, da verweist er nur auf den Artikel von einer Kollegin, die darüber berichtet hat, dass in Berlin tausend Leute eine illegale Party gefeiert haben. Beide schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Erstmal weiter im Text. Wie würden Sie ihm erklären, dass es trotzdem noch Menschen gibt, die sich weigern, in der Bahn Mund und Nase zu bedecken? Uh, das ist ja ganz schlimm. Leute, die sich weigern. Was lässt sich da sagen, außer, die sind hochgradig antisozial? Da muss man auch sagen, vorher stand dann da, die sind asozial? Das hat man dann abgeändert, war dann wahrscheinlich antisozial und asozial. Eigentlich ist es ja das Gleiche, aber naja. So, weiter im Text. In den vergangenen Tagen habe ich einen nicht repräsentativen Test gemacht. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. In der Berliner Ringbahn, in der U7 und in Bussen suchte ich mir wahllos zwölf Maskenlose heraus und fragte sie sehr freundlich nach dem Aussteigen, nach ihren Gründen. Die Antworten lauteten zu unbequem zweimal, zu Hause vergessen zweimal, war gerade in Gedanken, kriege keine Luft darunter, bekomme davon Herpes, die anderen tragen auch keine, Masken bringen nichts, soll doch jeder für sich alleine entscheiden, was quatscht du mich voll? Immerhin eine Frau sagte, ja, stimmt, war doof. Da frage ich mich auch, warum bei den zwölf Leuten da keiner dabei war, der irgendwie gesagt hat, hey, mit den Masken, das sieht so und so aus, ich habe hier ein paar Studien, die sagen was ganz anderes, die wollen wir uns gleich mal genauer anschauen. Maskenverweigerer verdienen keine Toleranz, auch keine Geduld mehr, sondern Konsequenzen. Ab Samstag drohen endlich 50 Euro Bußgeld. Ein überfälliger Schritt, doch der regierende Bürgermeister hat leider schon verkündet, Kontrollen fänden bloß punktuell und zu ausgewählten Zeiten statt. Also hier, hier auch wieder, das kann doch nicht sein, dass die immer noch nicht auf Linie sind, da müssen wir harte Strafen haben, endlich kommt da das Bußgeld, endlich will man mehr kontrollieren, also wir müssen alle Leute auf Linie bringen. Ja und bis dahin, bis der Senat die Bürger dann endlich schützt und Bußgelder verhängt, da helfe dann nur, die Verweigerer selbst anzusprechen, ihnen klarzumachen, dass sie sich schämen sollen. Dass Typen wie sie die Pandemie verlängern, teuer erkaufte Erfolge im Kampf gegen das Virus zunichte machen und Menschenleben gefährden. Dass sie niemals wissen werden, welche Infektionsketten sie losgetreten und welche Oma sie durch ihre Rücksichtslosigkeit auf den Gewissen haben. Hier sehen wir auch wieder, er muss die Leute ansprechen, die Pandemie wird verlängert, das ist der teuer erkaufte Erfolg, den wir durch den Lockdown endlich erreicht haben. Ihr werdet Infektionsketten lostreten, ihr werdet Omasen auf dem Gewissen haben, da auch wieder alles behaupten, keine Belege. Den meisten dürfte es schwer fallen, Fremde anzusprechen. Also im Grunde allen, außer jenen unangenehmen Mitmenschen, die eh über einen autoritären Charakter verfügen und gerne belehren. Das heißt also, wenn er hier sagt, jeder, der sich traut, dann Leute anzusprechen, der verfügt über einen autoritären Charakter und möchte gerne Menschen belehren. Also, ja, deswegen ist er wahrscheinlich Journalist geworden, weil er Menschen belehren möchte, die anspricht, ja, aber offenbar nicht die Fakten gescheckt hat. Ist Ansprechen nicht aufdringlich, übergriffig, denunziatorisch? Ich denke, es ist in diesem Fall Zivilcourage und dem einzigen Unhöflichen im Abteil, demjenigen, der die Freiheiten anderer beschneidet, fehlt eindeutig ein Stück Stoff im Gesicht. Ja, für mich ist es aufdringlich, für mich ist es übergrifflich, für mich ist es denunziatorisch und auf keinen Fall Zivilcourage. Ich denke mal, so ein ähnlicher Artikel hätte auch in der Nazizeit erscheinen können, wo jemand dann voll auf Linie mit den Nazis ist, der einfach sagt, ein mutiger Schritt, es ist ganz mutig und der autoritäre Charakter kommt durch, wenn wir denn den Nachbarn anschwärzen, der Juden im Keller versteckt hält. Das ist ganz, ganz mutige Zivilcourage und das sollte jeder gute Bürger machen. So, ich sage, ja, das Problem ist immer nur Autoritäten, Autoritätsgehorsamkeit. Das war damals bei den Nazis das Problem, das ist heute auch wieder das Problem. Und dieser Herr Leber ist das beste Beispiel für jemanden, der ja voll auf Linie ist, anstatt einfach mal zu recherchieren und das kritisch zu hinterfragen. Ja, kommen wir zum Recherchieren, wollen wir uns jetzt mal anschauen, was denn das mit den Masken tatsächlich auf sich hat. Bewirken die etwas oder sind die sogar schädlich? Er schreibt ja, es ist ein erwiesener Nutzen bei den Masken ohne Belege. Wir wollen mal reinschauen, was da direkt die oberste Behörde in Deutschland, die Corona-Aufsichtsbehörde, das Robert-Koch-Institut schreibt. Für die Bevölkerung empfiehlt das RKI das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum. Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung kann ein zusätzlicher Baustand sein, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 in der Bevölkerung zu reduzieren. Allerdings nur, wenn weiterhin Abstand, mindestens 1,50 Meter, von anderen Personen, Husten und Niesregeln und eine gute Händehygiene eingehalten werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es Personen gibt, die aus medizinischen und anderen triftigen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. So, und hier ist jetzt die entscheidende Passage, da steht, das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden. Fremdschutz. Eine solche Schutzwirkung ist bisher nicht wissenschaftlich belegt. Sie erscheint aber plausibel. Hingegen gibt es für den Eigenschutz keine Hinweise. Das heißt, für den Fremdschutz, dass man andere anhustet, anniest, beim Sprechen mit irgendwelchen Viren infiziert, dieser Fremdschutz, dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege, aber man sagt, okay, es ist plausibel. Wo ich sage, okay, wenn es denn plausibel sein soll, dann liefert gerne wissenschaftliche Belege. Ihr seid die oberste Behörde. Da geht es nicht um irgendwie Plausibilität, da geht es um wissenschaftliche Belege. So, aber okay, da kann man ja auch sagen, da hat man auch für den ganzen Lockdown, für die ganzen Maßnahmen, hat man auch keine wissenschaftlichen Belege geliefert. Da hat man halt einfach nur, ja, auf Plausibilitäten gehört, auf Emotionen gehört und dementsprechend die Maßnahmen verhängt. Ja, und ich habe mir hier einfach mal die Mühe gemacht und mir die ganzen wissenschaftlichen Studien zur Maskenpflicht angeschaut, halten diese Masken die Viren tatsächlich auf oder gibt es da keine Hinweise für? Dass es dafür keine Hinweise gibt, ein Wunder, da gibt es ganz, ganz viele super seriöse Quellen, die genau das sagen, dass es da keine wissenschaftlichen Belege geben, also das, wo das RKI schon darauf hindeutet. Das sagt zum Beispiel das amerikanische Pendant zum Robert-Koch-Institut, die CDC, Center for Disease Control, oder wir haben mit Tom Jefferson von der Universität Oxford, der hat mit zahlreichen anderen Wissenschaftlern hier eine Studie veröffentlicht oder Wissenschaftler aus Südkorea, diese Studie, die wurde sogar im Ärzteblatt veröffentlicht. Oder hier gibt es eine sehr ausführliche WHO-Studie aus dem Herbst 2019 zu nicht-pharmazeutischen Maßnahmen bei Influenza-Epidemien und Pandemien und wenn wir uns da mal anschauen, was die zu Masken sagen, die sagen, Masken sind nur für Personen mit Symptomen oder bei schweren Epidemien zu empfehlen. Genau das Gleiche sagt auch die Klinik für Infektionologie und Spitalhygiene in St. Gallen. Ja, und gegen diese Studie im Herbst 2019 hat die WHO im März 2020 gesagt, oder da speziell der Nothilfedirektor Michael Ryan, es gäbe zusätzliche Risiken, wenn Menschen die Masken falsch abnehmen und sich dabei womöglich infizieren. Unser Rat, wir raten davon ab, Mundschutz zu tragen, wenn man nicht selbst krank ist. Dass Masken auch eher Schaden anrichten, als dass sie schützen, sagt auch diese Professorin aus Sydney oder auch hier eine schon etwas ältere Dissertation an der Technischen Universität München. Oder unser Chef-Virologe, der ja auch die Bundesregierung beraten hat, der überall in den Medien ist, der einen großen Podcast da im öffentlichen Rechtlichen hat. Christian Droste, der hat Ende Januar 2020, hat dann noch gesagt, Ich möchte, dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Ach, damit hält man das nicht auf. Können wir nochmal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Am 22. März, also genau ein Tag vor dem Shutdown, hat er dann noch getwittert, Masken sind eine Ergänzung der Maßnahmen und eine Erinnerung für alle an den Ernst der Lage. So, hier auch wieder, für mich ist ein klares Indiz, es geht nicht um wissenschaftliche Belege, es geht einfach darum, den Leuten zu zeigen, okay, hey, es ist hier ganz schlimm, ihr müsst aufpassen, haltet euch an die Abstandsregeln. Ja, letztendlich, für mich sieht es mehr so aus, okay, wir wollen die Leute schikanieren, wir wollen sie zeigen, wir wollen ihnen zeigen, wir reagieren über euch, wir bestimmen, was ihr zu tun und zu lassen habt und ihr müsst hörig sein. Insofern, wir wollen nur, dass ihr den Ernst der Lage erkennt. Dagegen spricht dann zum Beispiel auch der Weltärztepräsident Montgomery, der hält die gesetzliche Maskenpflicht für falsch. Oder auch direkt Frau Merkel, die hat am 1. April die genähten Stoffteile als Virenschleudern bezeichnet, seien diese doch innerhalb kürzester Zeit durchfeucht. Sie warnte zudem davor, dass die Menschen durch das Tragen einer Maske verleitet werden können, den verordneten Mindestabstand von 1,50 Meter zu unterschreiten. So, hier also, die Masken sind Virenschleudern, natürlich nur die Selbstgenähten. Ja, ich frage mich, sind das die anderen nicht auch, wenn man die die ganze Zeit wiederverwendet, wenn man die irgendwie zusammenknüllt, in die Hosentasche steckt. Lustigerweise ist auch diese Aussage am 1. April getroffen worden, also ich weiß nicht, ob das Zufall war. Oder auch wieder hier unser Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat Ende Januar auch noch gesagt, ein Mundschutz ist nicht notwendig, weil das Virus gar nicht über den Atem übertragbar ist. Ja, wir sehen also, genauso wie das Robert-Koch-Institut sagt, dass die Masken die Viren aufhalten, dazu gibt es keine wissenschaftlichen Beweise, wissenschaftliche Belege, sondern genau das Gegenteil ist eher der Fall, man rät von den Masken ab, weil sie Virenschleudern sind. Natürlich, klar, auch die Masken, die, ich mache es auch so, ich habe eine im Auto, ich habe eine, wenn ich unterwegs bin, habe ich sie in der Hosentasche, ich habe die nie gewechselt. Okay, aber ich mogele immer auch ein bisschen, dass ich nur auf den Mund halte und mal ein bisschen runterziehe. Ja, und dabei haben wir die ganzen Verhaltensänderungen noch gar nicht angesprochen. Da kann man sich auch mal fragen, was bedeutet das für einen, wenn man überall vermummte Menschen sieht. Vermummung ist ja normalerweise immer nur für Bankräuber. Für mich sieht das auch immer so aus, wenn die Leute dann irgendwo im Supermarkt oder irgendwo reingehen, wenn sie dann die Masken aufsetzen, sieht dann für mich so aus, als würde ein Bankräuber sich dann auf seinen Banküberfall vorbereiten oder die anderen, die Masken immer tragen. Das sind dann immer so die Antifa-Leute, die dann Steine werfen, die Polizei mit Steinen bewerfen. Und man muss auch ganz einfach sagen, wir sehen hier halt hier die Maskenpflicht. Gibt es nicht in anderen Ländern. Andere Länder wie Schweden oder Weißrussland haben keinen Lockdown gemacht. Da gibt es jetzt auch diverse Studien, die sagen, unabhängig von den Maßnahmen ist der Infektionsverlauf in allen Ländern sehr ähnlich. Insofern gibt es keine Hinweise darauf, dass dieser strenge Lockdown, dass diese strenge Maßnahmen überhaupt irgendwas gebracht haben. Und da kann man sich dann natürlich fragen, warum wird das gemacht? Warum wird das gemacht, wenn alle wissenschaftlichen Belege sogar dagegen sprechen? Und wie gesagt, da habe ich gerade schon meine Vermutung dazu abgegeben. Für mich ist das alles andere als nachvollziehbar oder plausibel. Für mich ist es einfach nur Schikanen hoch zehn. Und jeder, der ein bisschen kritisch denkt, der sollte halt einfach diese Maskenpflicht boykottieren. Sollte auch vielleicht ganz im Gegenteil, wie dieser Stefan Leber das macht, sollte vielleicht auch die Leute direkt ansprechen, die eine Maske tragen, wenn sie irgendwo im Wald spazieren gehen oder auf der Straße spazieren gehen, wo es gerade nicht Pflicht ist, dient vielleicht einfach mal wissenschaftliche Belege an die Hand geben. Ich kann euch auch gerne nochmal hier die ganzen Studien zusammenstellen. Ich lade die auch bei Telegram nochmal hoch. Insofern schaut bei Telegram rein, da werde ich dann eine schöne PDF hochladen. Die könnt ihr dann als Flyer ausdrucken, den Leuten in die Hand drücken. Könnt ihr auch gerne nochmal umformulieren. Und ja, das ist dann Zivilcourage für mich, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Dass, ja, richtige wissenschaftliche Belege, dass man danach geht. Ja, und dann haben wir gesehen, dass er sagt, ja, die Fallzahlen, die steigen weiter rasant an. Da wollen wir uns auch einfach mal schauen, was denn das Robert-Koch-Institut sagt. Hier gehen wir mal direkt in das Dashboard rein. Da sehen wir, im März hatte das so seinen Höchststand. Im April ist es dann immer weiter runtergegangen. Und hier im Juni, da gab es vielleicht mal einen kleinen Ausschlag. Aber ansonsten ist das vernachlässigbar. Also insofern von einem rasanten Anstieg der Fallzahlen kann man überhaupt nicht sprechen. Wenn er jetzt hier, ja, Anfang März das geschrieben hätte, dann kann man sagen, okay, die Fallzahlen, die steigen tatsächlich an. Aber bei diesen Zahlen, das sind natürlich nur absolute Zahlen. Man weiß gar nicht, wie viel getestet wurde. Dazu muss man dann in den täglichen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts reinschauen. Der letzte, wo dann diese Zahlen veröffentlicht wurden, das war am 17.06. Und wenn wir hier reinschauen, da sehen wir hier, dass wir den Höchstpunkt mit den Positivraten in der Kalenderwoche 14 erhalten haben mit 9,0. Und von da an ist es immer weiter am Absenken. Wir sehen hier, KW24 hatten wir nur noch eine Positivrate von 0,8%. Ja, was man dabei beachten muss, natürlich, die Fallzahlen gehen immer weiter zurück. Aber es ist einfach so, bei diesem PCR-Test, er ist so ungenau. Das heißt, je weniger positiv getestet werden, desto höher sind die falsch-negativen. Das heißt, diejenigen, die eigentlich negativ sind, werden dann positiv getestet. Da hat Samuel Eckert ein sehr schönes Video dazu gemacht. Da habe ich mir von ihm auch mal hier diese Tabelle runtergeladen und habe da die aktuellen Daten reingetragen. Also Samuel Eckert hat da auf den Artikel von Korrektiv verwiesen, wo eine Sensivität von 98,9 bis 99,7% angegeben wurde und eine Spezifität von 97,8% bis 98,6%. Nochmal ganz kurz, was ist Sensivität, was ist Spezifität? Die Sensivität ist, dass bei dem positiven Test, wie viele von dem positiven Test tatsächlich auch positiv sind und das gleiche umgekehrt die Spezifität bei dem negativen Test. Das heißt, wenn wir eine Spezifität von 98% haben, sind von diesen 100% negativen, sind zwei automatisch falsch-positiv. Das heißt, eigentlich sind sie negativ, sie werden aber tatsächlich als positiv angezeigt. Wenn wir uns die Excel-Tabelle von Samuel Eckert zu der Zuverlässigkeit des PCR-Tests nochmal genauer anschauen, wie gesagt, da habe ich die ganzen aktuellen Daten eingetragen, das könnt ihr auch gerne mal machen, das ist super spannend. Da sehen wir, dass wir in Kalenderwoche 17 eine PPV, also eine Positive Predictive Value von 68% haben. Das heißt, wenn man einen Test macht, sind dann nur 68% richtig positiv. Der Rest, das heißt hier 32%, knapp 32%, sind dann falsch-positiv. Ja und das Kandalöse ist jetzt, dass ab der Kalenderwoche 18, weil da die Positivrate immer weiter gesunken ist, man eine PPV von 0% hat. Das heißt, dass wahrscheinlich alle Tests, die wir durchführen, falsch anschlagen. Wir sehen auch, es gibt keine Informationen darüber, ob denn die Leute tatsächlich auch ein zweites Mal getestet werden. Ich wette, da sieht dann das Ergebnis auch anders aus. Insofern, wahrscheinlich gibt es gar kein Corona mehr, da gibt es ja auch verschiedene Theorien. Ihr könnt auch mal gerne in dieses tolle Video reinschauen, da wird dann die sogenannte Exosomentheorie vorgestellt. Das sind natürlich Sachen, die man da auch beachten muss. Da habe ich auch bei Telegram eine längere Sprachnachricht, zugeschickt, wo ich das nochmal alles zusammengefasst habe, diese Exosomentheorie und dass es eigentlich, ja, dass es keinen wissenschaftlichen Nachweis gibt, dass SARS-CoV-2 zu Covid-19 führt. Ja, zum PCR-Test schaut auch nochmal gerne bei Samuel Eckert rein. Da erfahrt ihr dann mehr, der hat das da ausführlich besprochen. Ansonsten, ja, wenn auch Corona so schlimm ist, wir haben ja gesehen, dass Black Lives Matter die Demo überall auf der ganzen Welt stattgefunden haben, dass da die Leute, ja, die Abstandsregeln nicht eingehalten haben, dass viele auch keine Maske getragen haben. Ich war ja selbst in Hamburg hier, ja, und die große Welle ist ausgeblieben. Letztendlich nennt man sowas dann nicht Super-Spreading-Events, wo dann die Leute zusammenkommen und alle infizieren sich. Insofern kann man da nicht sagen, dass deren Theorie schon direkt falsifiziert worden ist. Okay, klar, man kann jetzt natürlich sagen, 85 Prozent bekommen keine Symptome, dadurch, dass das natürlich zumeist junge Leute sind, werden sie da vor allem auch keine Symptome bekommen. Aber, ich meine, das ist es ja gerade. Wo sind die Super-Spreader? Jetzt kann man natürlich sagen, ach, wir haben steigende Fallzahlen. Wegen dem Fall da in Gütersloh, wegen Tönnies, wegen dem Schlachtbetrieb, aber hier auch noch mal zum PCR-Test. Man muss sich anschauen, wie ungenau der PCR-Test ist. Stichwort Spezifität. Und, was Herr Drosten auch mal selbst gesagt hat, bei diesem PCR-Test kann es sogenannte Kreuzreaktionen geben. Das heißt, dass er auf Coronaviren von Tieren anschlägt. Ob es da jetzt diese Kreuzreaktionen gibt, hat man offenbar in Gütersloh nicht getestet, so wie ich das gesehen habe. Ich habe da keine Informationen gefunden. Und da müsste man doch eigentlich auch sagen, okay, woher kommt denn jetzt dieser Ausbruch auf einmal? So, natürlich, klar, instrumentalisiert man das jetzt natürlich, um neue Arbeitsnehmerschutzmaßnahmen durchzusetzen, wo man dann die Arbeitslosigkeit noch mehr vorantreibt. Da habe ich auch mal hier ein langes Video zu gemacht, wie der Staat Arbeitslosigkeit erzeugt. Und wenn es denn da tatsächlich so schlimm ist in Gütersloh, da muss man sich fragen, warum wird kein zweiter Test durchgeführt? Da hat ja auch die Gesellschaft für Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, die hat ja den Menschen in Gütersloh angeboten, sich noch ein zweites Mal testen zu lassen, diesmal mit einem PCR-Test, der genauer ist, der keine Kreuzreaktion erkennt. Bei dieser Gesellschaft, da sind zum Beispiel, da sind viele namhafte Corona-Kritiker drin, zum Beispiel auch Sucharit Bhakti. Aber offenbar, dieses Angebot wurde bis heute weder von Tönnies noch von den Behörden noch von irgendjemand anderen angenommen. Das soll auch komplett kostenlos sein. Insofern muss man sich fragen, will man die Angst weiter befeuern? Oder, ja, für mich deutet es auch wieder darauf hin, man ist da gar nicht an Aufklärung interessiert. Ja, wollen wir uns auch noch mal anschauen, wer denn dieser Sebastian Leber ist, der hier solche hetzerischen Artikel schreibt. Ja, die Hetze kommt natürlich immer nur von rechts, aber wir sehen, die kommt auch sehr oft von links oder auch jetzt hier Hengameh, die Polizistin auf die Müllhalde befördern will. Das ist auch noch mal ein großes Thema. Er feuert hier gegen Attila Hildmann. Er widmet sich dem Verschwörungsmythen im Deutschrap. Verschwörungstheorien sind auch für ihn offenbar eine große Leidenschaft. Da hat er hier einen Artikel geschrieben, warum Corona-Verschwörungsgläubige keine Rücksicht verdienen. Da schauen wir hier auch mal rein, das klingt doch spannend. Da ist er auch ganz irritiert, wenn man mit einem Mal Verschwörungstheorien von Personen hört, denen man das nie zugetraut hätte. Von Verwandten, Bekannten, Nachbarn, Kollegen, Menschen, die man bisher für vernünftige, aufgeklärte Demokraten hielt. Und plötzlich schingen sie bei WhatsApp angebliche Beweise, wonach ein Coronavirus gar nicht existiere. Dass alle Abstandsregeln bloß Panikmache seien und dahinter ein teuflischer Pan geheimer Mächte stecke. Was darauf antworten? Ist diesen Menschen auf einer Eskalationsstufe zwischen 1 und Attila Hildmann noch zu helfen? Und falls ja, wessen Aufgabe es ist? Ja, hier sieht man auch wieder, der schlimmste Verschwörungstheoretiker ist Attila Hildmann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich von Attila Hildmann, ja, also ich halte ihn für einen sehr aufrichtigen Mann auf jeden Fall. Ich denke, er ist der Wahrheit verpflichtet. Und in meiner Welt, da darf ja sowieso jeder sagen, was er möchte. Ja, aber dieser Shitstorm, der da über Attila Hildmann herzieht, ja, da sage ich, okay, er kennt die Medienwelt. Er weiß, wie da jeder, der nicht auf Linie ist, auf Linie gebracht wird, jeder gleich öffentlich diffamiert wird. Insofern halte ich das, was er da immer raushaut, auch nicht für besonders schlau. Da, ja, über Adrenokom zu sprechen oder bei Bill Gates da überall eine Verschwörung zu sehen. Da hat ja auch Gunnar Kaiser ein ausführliches Video dazu gemacht. Aber so ist es natürlich, dass solche Leute wie Sebastian Leber dann natürlich diese ganz extremen Leute nehmen, die dann natürlich mit extremen Theorien vorpreschen. Die nimmt man natürlich als Beispiel dazu, wie gefährlich Verschwörungstheorien sind, um dann natürlich auch jegliche Kritik irgendwie zu diffamieren. Also ich meine, ich habe ja auch schon ein paar Videos dazu gemacht. Schaut euch das mal an. Ich habe da eine Playlist erstellt mit Corona. Da gibt es viele sehr namhafte Kritiker. Ich fülle da immer an. John Ionides zum Beispiel von Stanford University, der meist zitierteste Virologe. Er war von Anfang an kritisch bei Corona, aber trotzdem habe ich ihn so gut wie nirgendwo im Mainstream gesehen. Da ist es einfach, man hat sein Narrativ. Corona ist der Killer-Virus und das will man natürlich auch beibehalten. Und jede Kritik, da schiebt man dann solche Leute wie Attila Hildmann vor. Das ist ja hier der dumme Verschwörungstheoretiker, den muss man nicht ernst nehmen. Und so hat man die Leute konsessioniert, bloß nicht irgendwie sich mit der Kritik an der ganzen Sache zu beschäftigen. So, weiter im Text. Am Anfang der Pandemie explodierte die Nachfrage nach verlässlichen, von E-Tableten-Institutionen geprüften Nachrichten. Die Tagesschau erreichte 17 Millionen Zuschauer. Das entsprach einem Marktanteil von fast 60 Prozent. Ja, wie verlässlich die Qualitätsmedien sind, das schreibt hier zum Beispiel auch der Deutschlandfunk. Der hat selbst geschrieben, dass das Fernsehen im Fall von Corona Systemjournalismus betreibe. Und vor allem der NDR ist dadurch eine besondere Form der Hofberichterstattung aufgefallen. Wir wissen, NDR hat den Podcast mit Drosten gemacht. Weiter schreibt man, es sei eine einseitige Berichterstattung, wo es keine echten Debatten zwischen Experten gäbe und man weitestgehend kritiklos die Krisenstrategie der Bundesregierung wiederholt. Komischerweise ist dieser Artikel auch nicht mehr online. Da ist man wahrscheinlich auch gegen Fake News vorgegangen. Aber natürlich im Internetarchiv ist er noch zu finden. Wir wissen ja auch von Ursula von der Leyen, dass Fake News ganz gefährlich sind. Es gibt enorm viele Fake News zum Coronavirus. Nicht nur, aber vor allem online. Ja, Fake News sind ja ganz, ganz böse. Und da kann man sich mal fragen, was kann man gegen Fake News machen? Meiner Meinung nach, wie wir sehen, der Deutschlandfunk sagt selbst, dass vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich als Hofberichterstatter aufgespielt hat, dass sie Systemjournalismus betrieben haben. Ja, und insofern meiner Meinung nach GZ-Beiträge verweigern. Diesem Staatsfunk, wie ich den immer so schön nenne, am besten kein Geld geben oder beziehungsweise ihm das Leben möglichst schwer zu machen. So, weiter im Text. Es gibt keine moralische Verpflichtung, sich das anzuhören. Es ist erlaubt, Verschwörungsgläubige abzukanzeln, sogar auszulachen, ihnen auch zu entgegnen. Erzähl das der Parkour-Onkel oder Geh weg, du bist peinlich. Meinungsfreiheit bedeutet, dass man fast alles behaupten darf. Es bedeutet nicht, dass sich jemand dem Mist anhören muss. Verschwörungstheoretiker sind verdammt gut darin, über Logikfehler hinweg zu sehen. Bei ihnen kann Angela Merkel gleichzeitig Jüden, Roboter und außerirdisches Echsenwesen sein. Alles ist möglich, solange man für das, was man fünf Minuten vorher behauptet hat, keine Verantwortung übernimmt. Wir sehen ja auch wieder Jüden, Roboter, außerirdische Echsenwesen. Man nimmt wieder die ganz extremen Verschwörungstheorien, wo ich sage, okay, ich bin ja grundsätzlich offen für Verschwörungstheorien, aber manches wie flache Erde oder Echsenwesen geht dann doch zu weit. Wobei, bei Echsenwesen. Dann hat er hier wieder einen Artikel über Attila Hildmann geschrieben und der Verschwörungstheoretiker Saver Naidoo darf auch nicht fehlen. Also Saver Naidoo, wo ich sage, ja, ich halte ihn auch wieder für einen aufrichtigen Menschen, der keine Angst hat, seine Meinung zu sagen. Natürlich ist das politisch nicht unbedingt so schlau. Man sieht ja auch, dass seine Konzerte jetzt überall versucht werden zu verhindern. Er hat ja auch, vorher ist er auch mit Meldung aufgefallen zu der deutschen Unabhängigkeit oder zu der Unabhängigkeit von Deutschland. Ja, und leider ist es in diesem Land so weit, man muss nur einmal das Falsche sagen, schon hat man da dann wirtschaftliche Konsequenzen zu befürchten. Aber solchen Leuten wie Attila Hildmann und Saver Naidoo ist das offenbar egal. Ja, wo ich sage, vielleicht nicht ganz so sehr über das Ziel hinaus sprechen, vielleicht nicht ganz über ganz so krasse Sachen wie Adrenokomen und so weiter zu sprechen. Dann wird man vielleicht auch mehr ernst genommen. So, dann hat Sebastian Leber auch noch einen Artikel geschrieben, wo er einen Streifzug durch das Berliner Nachtleben unternimmt und wo er sich darüber beschwert, dass die Abstandsregeln und Mastenpflicht ignoriert wird. Da drängen sich Gäste dicht an die Theke und unterhalten sich angeregt mit den Wirbten. Er fragt sich, ist das spießig, sich darüber zu mokieren? Ist das Erbsenzellerei? Ja, Sebastian, ich finde es sehr spießig. Ich finde es Erbsenzellerei. Ich finde, es ist unwissenschaftlich. Recherchiere gerne mal. Darauf dann, dass viele Bars und Restaurants wegen Corona dann Pleite gehen, schreibt er, Sympathien hat die Szene mit der Schlauchboot-Demonstration am Pfingstsonntag verspielt, die eigentlich auf die Nöte der Clubbetreiber, Veranstalter und DJs aufmerksam machen sollte und stattdessen in einer Massenparty betrunkener, dicht gedrängter Feiernder auf und am Ufer des Landwehrkanals ausartete. Vor dem Kreuzberger Urban Krankenhaus, in dem Patienten um ihr Leben kämpften und Ruhe brauchen. Wenn eine Meute derart rücksichtslos nur auf ihr eigenes Vergnügen fixiert ist, warum sollte sich jemand mit ihr solidarisch zeigen? Hier hat er sich dann auch mal wieder den Verschwörungstheorien zum Coronavirus gewidmet. Die schäbigen, die tödlichen und die saudummen Verschwörungstheorien zu Corona schüren zunimmt Hass und gefährden Menschenleben. Ein Blick in den Abgrund. Einige Heilpraktiker empfehlen, Bleichmittel zu trinken. Dann sei man gegen das Virus immun. Andere behaupten, es existiere überhaupt kein Virus. Alles sei inszeniert, um die Menschheit zu versklaven oder von einer Wirtschaftskrise abzulenken oder Angela Merkel zu verhaften. Hier sieht man auch wieder Bleichmittel zu trinken. Das ist Chlordioxid. Freunde von mir nehmen das auch. Natürlich nicht gegen Corona, aber um sich zu reinigen, da habe ich mich aber noch nicht groß mit beschäftigt. Und ich sage, da kann man, ja, an allen Verschwörungstheorien ist oft was dran. Schaut mal genauer rein. Auch, ob es überhaupt ein Virus gibt. Wie gesagt, schaut euch dieses Video an mit der Exosomtheorie. Es gibt da andere Theorien. Wo habt ihr davon schon mal gehört? Außer vielleicht in den alternativen Medien. Ich meine, Oliver Janich hat es mal angesprochen. Aber ansonsten spricht man darüber nicht. Hier auch wieder irgendwelche extremen Positionen nehmen, um halt einfach jegliche Kritik an Corona zu diffamieren und in der Ecke zu stellen. Viele Verschwörungstheorien, die in diesen Tagen über Corona kursieren, sind so haarsträubend, dass man sich kaum vorstellen kann, irgendjemand könnte sie ernst nehmen. Tatsächlich werden sie zigtausendfach über die sozialen Netzwerke und per Messenger verbreitet. Von Esoterikern, von Geschäftemachern, von religiösen Fanatikern und Rechtsextremen. Aber auch von Menschen, die offenbar einfach verunsichert sind. Ja, auch wieder sind alles schlimme Esoteriker, rechtsextreme religiöse Fanatiker oder halt einfach Leute, die darauf reinfallen, die einfach verunsichert sind. Ja, so, ein guter Demokrat ist natürlich immer auf Linie, liest den Tagesspiegel, glaubt Sebastian Neber alles, was er sagt, ohne Belege. Verschwörungstheorien sind ja auch total schlimm, weil sie nicht nur dazu verleiten, sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen zu missachten, dadurch sich und andere zu gefährden. Sie können auch Hass auf Minderheiten schüren, die medizinische Versorgung gefährden, zu konkreten Gewalttaten anschiften. All dies ist in den vergangenen Tagen geschehen. Uh. Etliche Verschwörungstheoretiker glauben, die Pandemie sei lange geplant und von bösen Mächten im Hintergrund inszeniert, um eine neue Weltordnung einzuführen. Ziel sei die Versklavung der Menschheit. Dafür streben die Hintermänner Massenimpfung, Abschaffung des Bargeld, Überwachung und Ausgangssperren an und verkaufen diese der Bevölkerung als Sicherheitsmaßnahmen gegen Corona. Diese Vorstellung ist in rechtsextremen Kreisen und speziell unter Antisemitien populär, die dann als Hintermänner Juden oder Unterstützer Israels vermuten. Als Vordenker der Theorie gilt der rechtsextreme Esoteriker David Icke. Der Mann warnt auch vor außerirdischen Reptimien, die die Menschheit unterwandern. Ja, auch wieder die extremsten Theorien. Neue Weltordnung, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, die neue Weltordnung nach Corona. Das habe nicht ich gesagt, das haben Leute beim Weltwirtschaftsforum gesagt, die nicht zur alten Wirtschaft vor Corona zurück möchten, sie eine neue Weltordnung haben möchten. Alles noch grüner, noch nachhaltiger, noch diverser. Ja, auf die anderen Punkte mit Massenimpfung, Abschaffung des Bargelds, also Massenimpfung, da muss man differenzieren. Abschaffung des Bargelds, da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, über die Bargeldabschaffung, Überwachung. Ja, natürlich gibt es immer mehr Staat durch diese Maßnahmen. Ja, ob das jetzt alles von irgendwelchen bösen Mächten im Hintergrund alles geplant ist, um dann die NWU durchzusetzen, also darüber kann man natürlich nur spekulieren. Ja, über sowas rede ich hier auf meinem Kanal auch nicht, wo ich sage, okay, ich bringe einfach nur die Zahlen, Daten, Fakten. Das zu interpretieren, soll einfach jeder für sich übernehmen. Und ja, zum Beispiel David Eicke oder David Eicke, hat er bei London Real auch ein spannendes Interview gegeben. Ja, Verschwörungstheorien, grundsätzlich sollte jeder für Verschwörungstheorien offen sein. Zu behaupten, es gibt keine Verschwörung, ist ja auch total lächerlich. Ich meine, schau dir 9-11 an, schau dir die Brutkastennüge an, schau dir The Bay of Pigs an und so weiter. Da hieß es auch alles, oh, das sind irgendwelche Verschwörungstheorien und letztendlich wurden dann die Akten geöffnet und dann hatten die Verschwörungstheoretiker dann doch recht. Okay, bei 9-11 ist es offiziell noch nicht als als Fake anerkannt, aber da gibt es ja auch jeder, der da ein bisschen recherchiert, der sieht da, dass da sehr, sehr viele Ungereinheiten sind. Da hat er hier noch einen Bericht geschrieben, wo er sehr erfreut darüber ist, wie strikt die Polizei in Berlin die Kontaktverbote durchsetzt. Oder hier wieder ein Artikel, wo er Corona-Ungläubige diffamiert, der Corona-Kosmos der Unvernünftigen. Da schreibt er, Es scheint, als hätten sich diese Tage in Berlin zwei Lager gebildet, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Die einen deutlich in der Mehrheit, die alle Schließungen und Verbote begrüßen. Die auch bereit sind, ihren Alltag noch weiter einzuschränken, wenn es nur der Verflachung der Kurve dient. Und die anderen, die sich dem widersetzen, weil sie die Sorgen der Mehrheit für übertrieben halten. Sie ziehen den Ärger der Vorsichtigen auf sich, weil ihr Verhalten Leben gefährdet und weil ihre Rücksichtslosigkeit am Ende zu einer Ausgangssperre für alle führen konnte. Bestärkt fühlen sich kleinere Gruppen durch vermeintliche Expertenmeinungen wie die des Internisten- und Lungenfacharztes Wolfgang Wodag. So, hier sehen wir wieder, Wolfgang Wodag ist ja ganz, ganz böse. Damals in dem tollen Video Profiteure der Angst. Da sieht man, dass da damals mit der, ich glaube, Vogel- oder Schweinegrippe war das, da lief alles genauso wie heute. Wolfgang Wodag war da kritisch und hat letztendlich Recht behalten. Das lief bei Arte, aber heute natürlich, wenn er bei Corona eine andere Meinung hat, wenn er da kritisch ist, dann ist er der größte Verschwörungstheoretiker. Die überwältigende Mehrheit derer, die sich seit Wochen mit dem Coronavirus beschäftigen, ist über Wolfgang Wodags Behauptungen entsetzt. Parteifreund Karl Lauterbach, selbst Epidemiologe, nennt sie abwegig und wissenschaftlich nicht haltbar eine rechte, eine echte Räuberpistole. Auch Christian Drosten, Chef-Virologe der Charité, weist sie zurück. Überwältigende Mehrheit sind dann für Sebastian Leber, Karl Lauterbach und Christian Drosten. Mir fällt da nur dieses tolle Meme dazu ein, was ja auch Sonja Ziedlow damals geteilt hat und dafür auch einen, ja, wie soll man sagen, diffamiert wurde in der Öffentlichkeit. Ja, spannend ist dann auch das Twitter-Profil von Sebastian Leber. Wir wollen mal reinschauen. Da bekundet er Sympathie mit der Antifa. Oder hier, da schreibt er, meiner Erfahrung nach sind Journalisten, die anderen Journalisten eine Haltung vorwerfen, ausgerechnet diejenigen, die nie recherchieren, nicht mit Menschen sprechen, immer Recht haben, seit Jahrzehnten ihre eigene Meinung in Artikelform gießen. Weiß nicht, ob er da von sich spricht. Ich meine, er recherchiert nicht richtig. Er meint, die Maskenpflicht oder das Schutz von Masken ist erwiesen. Er spricht auch nicht mit den Leuten in seinem Freundesbekanntenkreis, die dann eine andere Meinung haben, die will er lieber auslachen. Er möchte offenbar auch immer Recht haben, sonst wird er nicht dauernd was über Verschwörungstheoretiker schreiben und vielleicht sich einfach mal mit denen an den Tisch setzen. Auch hier auch normal der Aufruf an Sebastian Lesch. Wenn, ja, wenn du, ich sage einfach mal du, wenn du, Sebastian, wenn du einfach mal Lust hast, dich über die ganzen Verschwörungsstilien, in Turin zu unterhalten über Corona allgemein, lasst uns gerne mal, ja, vielleicht treffen oder einfach mal eine Live-Debatte durchführen. Ich meine, darum geht es ja gerade einfach. Okay, anders Leute mit anderer Meinung an den Tisch zu bringen, Argumente auszutauschen und dann schauen, wer hat die besseren Argumente. Ja, wir können also festhalten, sagen, dass wir es hier mit Sebastian Leber, mit jemandem zu tun haben, der offenbar schlecht recherchiert, der seine Meinung als Fakten verkauft. Seine Meinung, wie gesagt, mit der Wirksamkeit von Masken hat er nicht belegt. Er redet noch nicht mal mit Andersdenkenden in seinem eigenen Umfeld. Den geht er lieber aus dem Weg und lacht sie aus. Wir haben es also hier mit einem Prachtexemplar eines Journalistens zu tun, der voll auf Linie ist, der Systemjournalismus betreibt. Er denunziert, er weiß alles besser und wie gesagt, ist voll auf Linie mit der Regierung, ohne das irgendwie kritisch zu hinterfragen. Ja, insofern auch, wie schon mal gerade angesprochen, wir sollten einfach das Gegenteil machen von dem, was Sebastian Leber hier macht. Einfach die Leute, die vor allem auch da, wo es kein Zwang ist, eine Maske tragen, die einfach mal ansprechen, die aufklären, einfach freundlich, höflich fragen, ob die sich schon mal mit diesen wissenschaftlichen Studien auseinandergesetzt haben. Dazu werde ich auch bei Telegram, wo ihr mir unbedingt alle folgen sollt, werde ich dann, wie gesagt, einen Flyer hochladen mit den ganzen Studien, mit den ganzen Quellen, die ich auch in diesem Video angesprochen habe. Ansonsten habe ich noch eine Corona-Playlist, wo ihr auch gerne mal reinschauen könnt. Vielleicht habt ihr da das ein oder andere Video noch nicht gesehen. Ansonsten war es das wieder von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.